Bei Jesu Hashem sagt es, wie war es der Wurf? Wir stehen in der Fähre mit Beis, inmitten damit, haben wir schon höher, wie inmitten von damit, Asch gekon. Asch gekon ist das letzte Wort von Aschur. Wir halten zwischen den zwei Locken mit dem Zuge von Essen durch den Lösen. In der Frieden ist hier zugehändigt, also da haben wir Korn in der Teure, also Essen kann durch den Lösen sein, aber Apostel lösen sie, also lösen sie, was auch nicht in Khorus. Und das lernt man auch aus, von dem, was Kilaim bezieht, steht in der Lebende Zweite, also dort und da haben wir ein schwieriges Wort, kommt bei uns, auch das übrige Wort ist Semro Pistim, auch das übrige Wort ist, also steht der Wort Schattnis. Lernst du von dem, also viele, wenn ein Mensch geht, Zitzi, zu Sot Kilaim, kennen aber der Essen von Zitzi, das ist durch, dann lösen sie von Kilaim. So sagt er die Gimorre, jetzt Asch gekon, weiß ich mir, dass es die Essen wird durch, lösen sie gerade, also der Apostel lösen sie. Lösen sie, wenn es in der Khorus ist, dann lösen sie die Asch gekon, die Dachin. Die jetzt kommt auch Leho, die Mitzra. Aber jetzt kommen wir zu, zu der Icke, was zu dem hat man gestrebt, zu ankommen. Wie weiß man, also ein Mensch hat ein Essen, und er will wissen, dass er kann, er weiß ein Alloyzisse, aber nicht Stamm Alloyzisse, sondern Alloyzisse, das ist die Yesh Baykaris. Für was ist es uns wichtig, zu lernen, dass es zu Gimorre zu essen kann durch, denn Alloyzisse, das ist die Yesh Baykaris. Die Gimorre führt das so, ist mit die Werte, was die Gimorre sagt, die Itzrich oleha le-mesra. Das heißt, le-meise b-yibum ist klar für uns, also viele, die Gimorre zu essen von Jibum, können wir nicht durch sein, die Laab von Alloyzisse, ob sie jetzt auch gemacht, dass sie gewähren, die Gimorre von seiner Weib, Thoman, nicht mehr jahrelen sein, haben wir da ein Essen, weil der Post ist gesagt, oh Leo, und Leo lernt uns, das ist auch so. Er ist nicht durch, und da die Gimorre ist, also wird die Gimorre schon dort ein Umgebnis zu vertreten, und da vertreten wir das noch einmal, dasselbe Scheile, wo ich plötzlich noch einmal umgekommen zu sein, was darfst du haben, in Alloyzisse, und da die Gimorre ist, dasselbe Scheile, nicht mehr jahrelen sein, dasselbe Scheile, dasselbe Scheile, die Gimorre ist gedrungen von dem, die Gimorre ist auch gekommen, zu Amaskon, als normal, als ertoit, kein Aes, der Doeich sein, Alloyzisse, dasselbe Scheile, nicht mehr jahrelen sein, und da die Gimorre, darfst du haben, aber noch Leo, zu sagen, amitohu nicht, fragt die Gimorre, wie weißt das, als Hege, aschkechon, der Doechi, die Gimorre ist, ein paar Ziemorre, die Gimorre ist, der Doechi, der Doechi, der Doechi, der Ois, der Blis mit Eidische Kinder, auf dem, mit der Familie, kommt Ois, ach, das ist, das ist, in der Kudus, das ist der Kudus, das ist der Kudus, der Kudus, kommt Ois, auf dem, der Rest, das ist der Andere Minas, das ist der Andere Minas. Ja, als Heid, als einer Obgehitene Heid, mit Dish, mit der Haare, das ist, das ist Hege wie alles, nicht so alle, Schleisch, das ist Hebris, das ist Hebris. Aber Adet Evis, der sagt, das ist der Doechi, alles. Aber was ist Gernay, auf der Poste zu essen? Et einer sagt, Pesach, Pesach hat dieselbe gesagt, Oiv, so Oiz, wie kommen Pesach, Erf, Pesach, Shabbos, es kommen weiter, nach dem Kopen Pesach, so hat man, dass der Doechi, er nicht so schießt, bei Kudus, weil Shabbos, er nicht so schießt, bei Kudus, mal der Pesach, es ist kein Kudus. Aber Pesach, der Ees hat euch die Kudus. Es ist, es ist kinder, der Lois ist auch nicht so schießt, in Kudus, aber bei Domen Kudus. Es ist das, wie die Eesek, in der Hose, dass es nicht so schießt, es ist die Eesek mit Kudus, es ist eine Eesek, dass es nicht so schießt, bei Domen Kudus. Und ich weiß, dass es nicht so schießt, bei Domen Kudus. So, Dage Eesek, Eesek, mit Tomit, ja, der Shabbat, es ist ein Eesek, das ist ein Eesek, das ist ein Eesek, aber ин Kudus, das ist ein Eesek, das ist ein Eesek, das ist ein Eesek, das ist eine Eesek, dass es nicht so schießt, der Eesek klubt, was das ist eine Eesek, dass es nicht so schießt, weil wir die Eesek sind so schicht, in unserem Szenkratmeter sind 20. 21. 22. 22. der Teich und der Teich mit dem Gehladen, und die Nasehäunein, die wir nicht mehr tun haben. So machen wir schon ein Schabbat. Aber es ist das, was wir sagen. Aber es ist das, was wir sagen. Es ist das, was wir sagen. Es gibt nicht die Einheit, die ein Pistach nicht von Tomet. Es ist das, was wir nicht alles sehen. Wenn wir nie wissen, dass wir nicht von jedem, von einem anderen, von dem Drei allein, können wir lernen. Aber bei 19. Ja. Ich kann es lernen von zwei Zahmen. Das ist die Nummer, von einem vier Zahmen. Und bei mir und Pistach, ein Pistach ist das, was wir probieren, ein Pistach ist das, was wir wieder zusammen machen. Was wir tun können? Aber wenn man nicht sagen kann, eine Familie können Sie lernen, vor Ort, was nur 6 Ebrises, dann sind Sie schon gesagt, ich habe mich geschrieben von Pesach, aber es gibt noch 1 6 Ebrises. Dann müssen wir wissen, dass es kein Körpers. Von 1 und 2 auf Pesach zusammen, alle wissen, Sie sind zwar nur 2 Mitzassessen in der Welt, vor einem Körpers wenn sie gewartet haben, die Mitzasser sind. Bei Laven in der Mitzasser ist das eine Körpers, aber wenn sie nicht daran haben, dann kommen wir Körpers und 2, und das ist 1 und 2. Pesach. Was Sie heute sagen, dass wir in Pesach sind in der Kirche dass Sie sicher dass Sie ein Alimut auf alle Moll weil Sie beide haben, dass Sie in der Kirche Das ist die Gringste von den zwei. Das ist auch nicht die Kirche. In Pesach und Tomit Okay, das ist auch die Kirche von Alimut. Pesach hat nicht das Dirus gesagt. Tomit hat auch Sion. Tomit hat nicht Kirche. Was hat die Kirche? Also ich glaube in der Kirche es ist nicht Trudium. Es ist nicht Kirche. Nein, in Ordnung. Es ist kein Kirche. aber es ist kein Einerg bei der Kirche. Die Kirche ist kein Einerg von den zwei. Man muss mit dem Sion. Es ist kein Einerg mit dem Sion. Aber es ist kein Einerg d.h. Wenn sie das geholfen, wenn sie das geholfen, sind sie bei den Matten teuren. Wenn sie das geholfen, ist das? Wenn sie das geholfen, weil wir sagen doch, es sind so viele Regeln, aber es ist so wichtig. Deswegen muss man das auch. Das ist die Leute, die Leute, die das detail. Jeden Morgen machen sie das, sie sind mit den Jürgen. Also sind sie schon geholfen. Aber dann kommt es nicht, dass die Matten teuren. w por na planets am Tabe months jump spring das sind die das sind die mit die Jemda in zwei zählt also oacaksch ja es das das ist Isaiah quantity Jemda ist Ende es hat das und die Gimorah führt nicht, die Gimorah sagt das nicht. Die Gimorah ist der Mann, der kann sein, dass man mit anderen Gimorah mit anderen Gimorah kann man lernen. Die Gimorah mit Mille kann man lernen. Aber sie sind mehr toder. Nein, nein, nicht die Gimorah. Entschuldigung. Von Mille und Gimorah kann man lernen. Nicht weil sie mehr toder. Es geht um die Gimorah. Mille mit Mille. Man sagt sich eben nicht, diese Gimorah mit homen sind. Das zweite Gimorah. Das geht um die Gimorah. Es geht um die Gimorah. ExperANNA sagen, es geht um die Gimorah. Ich sage eben einen Gimorah. Es geht um die Gimorah, aber es geht um die Gimorah. Aber es gibt einen Gimorah. Es geht um die Gimorah. Das ist der erste Mischne. 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 Das ist der Mischne. Das ist der Mischne. Das ist der erste Mischne. Das ist der erste Mischne. Das ist der 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 Mischne. Da steht, Das ist der Mischne. 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 Mischne. Das ist der Mischne. Das ist der Mischne. Und da steht, Mischne. Der Mischne. Also, der Mischne. Und da steht, Und da steht, Und da steht, Und da ist, Und da steht, 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 Und da, Und da steht, Und da steht,